Sie sehen hier ein Hinter-dem-Ohr-Hörsystem. Dieses Hinter-dem-Ohr-Hörsystem oder auch HDO-Hörsystem genannt, besteht aus der Hörtechnik hinter dem Ohr mit einer Batterie, die das Hörsystem mit Strom versorgt und arbeiten lässt. Dieses maßgefertigte Ohrpassstück wird nach einem Ohrabdruck hergestellt und sitzt dann bequem im Ohr. Dieses Hörsystem ist grundsätzlich für alle Menschen mit Hörschwierigkeiten geeignet, besonders für diejenigen, die motorische Schwierigkeiten haben oder für die, die besonders festen Halt bei allen Aktivitäten benötigen. Oder auch wenn die Hörprobleme besonders stark sind und man benötigt eine hohe Leistung vom Hörsystem, dann kommt das besonders zum Einsatz. Das Hörsystem wird eingeschaltet mit einer innenliegenden Batterie. Es kann in der Lautstärke persönlich korrigiert und angepasst werden, auch über diesen Knopf. Es hat zwei Mikrofone in der Regel, die auch je nach Geräuschumgebung eine Richtwirkung herstellen können, um den Sprecher besonders deutlich verständlich zu machen. Das Hörsystem wird mit dem Ohrpassstück im Gehörgang getragen. Es wird entsprechend eingesetzt. Das Hörsystem wird hinter das Ohr gelegt. So wird es entsprechend benutzt. Das Hörsystem selbst wird auf die Hörschwierigkeiten individuell programmiert, sodass es den Hörverlust optimal ausgleicht. Dieses Hinter-dem-Ohr-Hörsystem ist etwas auffälliger in der Trageweise. Dafür bietet es den Vorteil, dass es gut bedienbar und einsetzbar ist und sicheren Halt bei Aktivitäten leistet.